Marvin Dux, Torschütze zum 1-0 heute. Herzlichen Glückwunsch. Wie hast du das Spiel erlebt? Ich muss erst mal der Mannschaft riesen Kompliment machen. Ich glaube, wir haben hier von der ersten bis zur neunzten Minute ein super Spiel abgeliefert und verdienen 2-0 gewonnen. Die Fans starten richtig hinter euch heute. Wussten, wie wichtig das war. Wo geht der Weg hin? Das werden wir sehen. Wir wollen jetzt die letzten vier Spiele noch so angehen. Plus das Pokalspiel und hoffentlich auch das Finale, wie wir das heute angegangen haben. Und dann werden wir sehen, wo wir dann stehen. Wie hast du die erste Halbzeit erlebt? Viele Chancen. Es hat ein bisschen länger gedauert. Ja, aber das haben wir uns in der zweiten Halbzeit dann vorgenommen. Weiter drauf, weiter Druck machen und aufs Zoll spielen und dann werden wir uns belohnen. Das haben wir auch getan. Vielen Dank Marvin Dux, weiter Glückwunsch. Danke sehr.